Ich habe nötig, dass ich von es gerechnet. Naja, dann so. Hallo Freunde und willkommen zurück zu My Asper Chronicles. Noch nicht. Ähm, ja, wir sind in der Wüste westlich, östlich, irgendeine dieser beiden Himmelsrichtungen von dem DRC und wir suchen Maxis immer noch. Ach, wir sind gekreuzigt Roboter. Du willst ihn doch nur wieder deaktivieren, gib es doch zu. Okay. Ich glaube, hier brauchen wir den ganz für. Oder auch nicht. Mich kennst du auch nicht. Willkommen in der Oasis. Maxis ist unten in der Kamper. Okay. Dann gehen wir doch mal gucken, aber erstmal nach vorne gibt es wen, der eine Nebenquest für uns hat. Geh, verdammt Maschine, Addy. Diese Maschine hat das Herz und die Wachstum von einem Wachstum. Das ist, das ist Barmati. Sie ist hier. Okay. Stella, trajst du. Trajst du. Trajst du. Hier, ich komme. Oh, wie? Real editors. Look at those shiny nano gloves. I found this glove in a cave when I was a kid. Been working on it for, I don't know, most of my life. Someday I'll turn it on. I want to be an editor too. Do some good in this world. Ja, lief's wohl nicht so nach Plan. The editors promised Maxis, they destroyed the first family. It disappeared. Maxis decided ordinary people could rise up and fight. That didn't work out so well. Maxis said, the editors betrayed us. I think the editors all got killed. Except us, I guess. A little bit of editor in all of us, don't you think? That's why I want to fix this glove. Ich vermute jetzt einfach mal, die Nebenquest wird sein, dass wir ihr irgendein Ding besorgen müssen, was sie braucht, und den Handschutzer reparieren, und dann schließt sie sich uns an, oder? Wenn ich einen Annojacken für diesen Globen hatte, könnte ich einen zurück in der Cave sein. Aber der Miasma hat so schlugend gewesen. Denkst du, du kannst mir einen Annojacken nehmen? Ja, wir halten uns an. Bitte, bitte. Ich mache es dir einiges an. Ich sage, sie schließt sich uns an. So. Was, was zur Hölle? Das ist ein kleiner Diskriminator. DG5-Model. Sein Name ist Diggs. Respekt ihn jetzt. Oder face my wrath. Ach, kein Schild diesen Frau. Mal eben kurz gucken. 11 bis 13. 13 bis 15. Dann machen wir die Hauptnissan erstmal weiter. Ph.D. Ph.D. Oh, well, der Alpha-Editor. In der Falsche, ich versuche. Du bist kein Hologram. Ich glaube nicht. Und was ist dein Name wieder? Ph.D. Ich studiere meinen Asmur, um die Menschenreise zu helfen. Was ist da drin? Also sag mir, wie hast du dich selbst wieder zurückgezogen? Irgendwie, wenn wir das selber wüssten, ne? Well, how do you think I resurrected myself? Hmm, a few options spring to mind. Dark Market Soul Drive. Test Tube Clone? I guess the more pressing question is, why did you resurrect yourself? I want to save my town. Your town. And, you know, America. America? You sound like Maxis. There is no America. The country is nothing but a loose conglomerate of resource producers serving the family. Why not save the universe? Something worthy of your ego. Hm, der scheint uns auf jeden Fall zu mögen. How many of us, I mean, humans are still in America? Excellent question. The answer? Who knows? The Miasma Storms cut off all communication. This lonely patch of southern desert may be the last bastion of humanity. You don't sound like you're from around here. You're smarter than ever, Alpha. No, I'm not. I'm from an island far, far away. I'd like to get back there someday. I have a wife and two daughters waiting for me. What do you know about Miasma? It's an energy field. It's been here for at least 150 years. It constantly evolves. Adapts. It may seem random. Chaotic. But it follows a hidden purpose. Or, dare I say, programming. Above all, it's dangerous. I make toys that protect us. Here. This one's for you. Godspeed, editors. Okay, thanks schön. Und wieder eine kleine Energiezelle für uns. Nicht, dass wir die besonders oft nutzen würden, aber hey. Maxis Delgado. Was geht ab? Ah, Madi. Maxis Delgado. I take it you're not here to turn our lights back on. I'm here for redemption. It's time we finish this war, Maxis. Join us. I did join you. What good was it? You're also holy editors banished. Left us to die. The editors died defending your people. You're still alive. Where were you? Waiting for him. Behold. Behold. The alpha editor. Huh. You, uh... You wanna see that factory burn? I'm the spark that starts the fire. That's not him. Too short. I'll bite me. Ah. Definitely not him. Listen to me, dude. I am the alpha editor. You see this face, this hand? You see my people? We live in dirt. We don't even have electricity. The bots hijacked our hydro plant. They take great pleasure in squeezing us dry. What if he restored your power and made the light shine once again? I would have no choice but to believe. And share the secret to destroy that factory. Hmm... Das ist so leid's mir tut, ne, aber... Die Dialoge sind echt nicht gut geschrieben. Oh... Macht Sinn. Zusätzliche Sicherheitsstufe... Moment. Falsches Ding. Archiv. Hmm... Irgendwo hier, sondern da. Als zusätzliche Sicherheitsvorkehrung wird der Code des Laborums jeden Monat automatisiert. Wir haben die Hydratoren des Lagers an das Tastenfelder geschlossen. Wenn sie eingeschaltet sind, sollten sie den Code erzeugen. Okay. Dann müssen wir wohl erstmal... Bestrom sagen in dieser Stadt. Ich fühle mich wie mein Nacht und schweißen... ...Hairspray. Falsches, bis du es geschafft hast, Jade. Nein, fache es. Except for who you are. If you believe, America will believe. Wo sind die Editoren? Nach dem verlorenen Bügerkrieg wurden die wenigen überlebenden Editoren beinahe vergessen. Einige lebten einsam in der Wildnis. Das Mijasma treibt sie in den Waren. Andere versuchten sich eine Existenz in Franchise-Städten aufzubauen, wurden aber bald von den Einheimischen entdeckt und verraten aus Angst vor Vergeltung durch die Fast Family. Gerüchten zufolge bauen die Editoren neue Siedlungen in New Europe oder New Europa. Du klangst eher wie ein kleines Kind statt wie jemand, der eine Waffe halten sollte. Okay. Hinter dem Wasserfall gibt es wohl was. Gucken wir uns an, wenn wir einen Wasserfall finden. So. Gucken wir hin. So, da hinten treiben sich auf jeden Fall Leute rum, die wir wahrscheinlich alle töten. Sollten. Nicht unbedingt müssen, aber sollten. So, gehen wir erstmal gucken. Wir müssen scheinbar mehrere oder mehreren Punkten irgendwie interagieren. Moment. Erst hier alles aufheben. Eins. Da hinten nochmal. Und hier geht es dann wieder raus. Weiter. Okay. 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 Drei Generator müssen wir aktivieren. Es gibt so viel Loot für mich. Das ist schön. Wir hoffen mal noch auf irgendeine coole Waffe. Gerne auch was Schallgedämpftes. Ah, guck mal. Da sind sie wieder. Riecht das einer mit? Nein. Scheinbar nicht. Dann, ähm. Tschüss. Tschüss. Ah, das sind wieder die Robotergegner, die wir schon kennengelernt haben. Geh mit, oder? Mal gucken. Uns fehlen hier auch noch ein paar Raffenteile. Bin ich mal gespannt. Ah, brauchen wir Jade für. Das ist immer noch ein bisschen dumm. So, was haben wir denn hier? Sonne 19 und das steht Fall 2. Interface. Accessing. Interface. Probe 919 Summary. Off-World-Exploration. Clarify. Moon of Deimos. Destroy core to extract iridium deposits. Continue. Epsilon-Iridani. Pulverized asteroid belt for rhodium deposits. Continue. Unknown Signals transmitting from Warmin Dux Nebula. Translation required. Warmin Dux. Das sind die beiden Hauptcharaktere aus, äh, Dingens. Hatte ich schon mal erwähnt. Aus, äh, Mutant Gear Zero. Interface. Denied. Emergency override. Global update. Today. Clarify. Family financed drone bombings have destroyed Gezin Zero's shipping lanes. Continue. Clone of Luka Zen installed as new boss of Clan Skanda. Continue. Family lost its core assets in Bangalore. Due to rebel insurrection. Okay. Interface. Accessing. Interface. First family hydro facility shut down. Clarify. Continued miasma build up in turbine engines three and four impeding energy production. Continue. Repairs cost prohibitive. Disconnect power out to first factory. Abandoned hydro facility. Hm, das könnte eine Warnung sein. Und der Rest, ja, ist halt, ich nenn's mal Hintergrundrauschen, weil irgendwie sind das alles keine Infos, die uns groß weiterbringen, weil die uns groß irgendwas erzählen, die auch teilweise für mich gar nicht zusammenhängen, hab ich so das Gefühl, wie so kleine Episoden ein Halt aus, irgendwas. Kann ich den da oben ausschalten? Nein, den sehen wir von hier aus nicht. Das sollte funktionieren. Dann, jetzt kann ich den Schmierer ausschalten. Und danach mit zwei Schüssen von Elvis und Bamadi jeweils die beiden Ballertypen. So, wir fangen an. Rüstungsvernichter. Und Bamadi. Bumm. Vielen Dank. Da sind noch mehr und da oben ist zumindest auch eine Waffe. Was? Okay, zwei Defragmentierer. Ich kann hier auf keinen Hinterhalt starten. Das ist ja dumm. Gut, da müssen wir eben hinten rum. Das ist jetzt zumindest auf einer Ebene, damit denen sind. Oh, da ist auch noch ein Typ. Den hätte ich dann nämlich auch noch direkt übersehen. Und da unten ist auch noch was. Moment. Erstmal... Erstmal... Dich. Perfekt. Bisschen Plastik für uns. Können wir uns da unten den Schmierer noch schnappen. Das ist einfach weg. Okay. Gut, die Wut, da habe ich jetzt leider nicht drauf geachtet, aber ist nicht so dramatisch. Okay. Wo war das hin? ok was wir natürlich machen können der einfachheit halber die beiden so plastik den lustungsvermächter schluss noch in die fragment ihrer und dicks und einmal bis hier und nutzt seine schrotflinte der recht noch überlebt naja der dritten dann nicht mehr sehr gut wollte eigentlich erstmal alles aufsammeln so was haben wir da hinten für eine waffe alles werfer ok naja ok kann man verkaufen ein bisschen plastik gut dann haben wir hier unten alles dann bleibt nur noch das dritte terminal da hinten ich glaube da will ich aber hier oben aus hin jetzt sind von da hinten aus ich glaube da kamen wir leichter an die typen ran oder zumindest von der besseren position mit eine schlange töten dann trennt ihr den kopf ab die aufgabe ist klar brecht in das alte wasserkraftwerk unter der wahrsein wo sich max es in seine flaschen verkrochen haben und zerlegt die bude schauen wir mal wie moral aussieht wenn das licht ausgeht und es zu dunkel zum pissen ist dann schauen wir vorbei und erledigen die säcke ein für allemal ok das fliegt nach einem befehl von äh die nach einem deskan dahinten ist noch was versteckt und eine robotte oh cool die haben sich getrennt das ist ja ganz doof dann machen wir das ganz fix wirst du nicht auf dich und bau mal die erledigt ähm den den anführer hinweis ok Achtung einer dieser alten umkehrer ist direkt neben Turbine 3 eingeknickt er hat sich sicher gelöst weil wir dort nicht so viel rumstochern wir werden ihn in die DRC bringen und weitergeben aber bis wir dort sind lagern wir ihn sicher damit er nicht nass wird der code für die winde wurde ebenfalls geändert es bedarf die scharfen augen eines kranführers um ihn zu entdecken ok hm lassen wir den mal ein bisschen weiter laufen und dann einmal von hinten vielen dank vielen dank so dann würde ich einfach mal hoch gehen und hier oben kurz aufräumen und hier oben kurz aufräumen ich wusste natürlich auf jeden fall dass hier oben noch Gegner sind wusstust wusstust da hinten hinter dem Wasserfall ist übrigens was wir äh wo von Dingens eben gesprochen hat wer auch immer das war der eine Charakter am Dingens am Straßenrand äh das scheint auch im Jasma Wirbel zu sein ich würde aber jetzt gerne erstmal da unten die Gegner alle ausschalten ich denke mit ein bisschen Flaschenarbeit sollte das kein Problem sein das kriegen sie aber alle mit ok können das aber doch bestimmt so machen dass wir uns mit zwei Leuten hier drin verstecken beziehungsweise besser sogar noch äh verdammt das sollte funktionieren so Dix nutzt seinen Rucksack und die Flasche ich hätte nicht gedacht dass ich den Typen anlocke aber gut dann kommt der hier hoch schießen wir den ab dann können wir den da unten weg snacken und dann bleibt nur noch der eine Typ plus der Unterboss und das sollte kein Problem werden perfekt Perfekt ok ok wo ist der Unterboss nur gegen EMP Betäubung nein der hat nur einen eigenen EMP Schuss ok 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 Amadi, du setzt einfach nur aus, um KW zu regenerieren und dann schocken wir dich einfach noch. Ah, ich bräuchte den Grit. Äh, mit dem Säure Schuss nicht mehr. Perfekt, wir haben noch ein Level ab. Können wir uns gleich gönnen. Aber erstmal... zu schock. Nee, komm. Warum ist sein Dingens auf Cooldown? Sein Overwatch, das habe ich nicht verstanden. Okay, hier wäre auch noch eine Ulti-Amblenkung gewesen. Ja, hinterher ist man immer schlauer. So, erstmal kurz gucken. Fähigkeitsdick. Wir haben zwei Punkte mit Dix. Ich benutze halt kaum Splittergranaten mit ihm, ne? Ich benutze generell kaum Splittergranaten, weil Stealth halt einfach die bessere Option ist. Dann nehmen wir mal den Sprung mit. Springeweite Entfernung und schlägt Gegner zu Boden. Das ist immer gut. Dann hier haben wir einen Punkt. Hm... Die beiden Schüsse sind zu gut. Gerade der hier lohnt sich zu viel. Und selbst wenn wir die beiden rausnehmen, hätten wir nicht genug Punkte für den Desperador. Also, uninteressant. Bei die, ja, wir haben einen Punkt über, also... Und bei Bamadi haben wir auch einen Punkt. Ich könnte den Overwatch... Sie hat halt zumindest meistens die Single-Shot-Variante. Das heißt, der Overwatch bringt da nicht so viel. Ich nehme trotzdem das mal raus und nehme die KW-Kapazität einfach, damit sie, ja... Fähigkeiten einsetzen kann, wenn wir denn dazu kommen, diese Fähigkeiten einzusetzen. Muss man dazu sagen. Okay... Ich glaube, Max hat einen menschlichen Touch an diesem Ort gelegt, bevor der Bot kam. Ich sehe das jeden Tag. Oh, ein neues Outfit für Dix. Roboter oder künstliche Einheiten, wie sie von manchen genannt werden, können unter Bedingungen überleben, die für Menschen tödlich wären. Es gibt jedoch Orte, die selbst Roboter nicht ohne zusätzlichen Schutz betreten können. Dieser Anzug wurde zum Beispiel für Einsätze bei unglaublich hohen Druck entwickelt, auf dem Meeresgrund, wo Roboter andernfalls wie Blechdosen zerquitscht wurden. Warte mal... Hat das Outfit auch einen britischen Nutzen? Sieht auch wesentlich cool aus. Ne, schade. Das wäre halt echt cool gewesen, so nach dem Motto, wenn Dix jetzt über Wasser laufen könnte. Okay, dann gehen wir uns mal eben den Wirbel holen hinterm Wasserfall. Quatsch. Zumal wir darauf hingewiesen wurden. So, skip. Endoskelett. Zeigt aber eine Hydra, okay. Ähm, Zauberwolke kann zwei Runden lang nicht zerstört werden. Okay. Das heißt... Also... Ja, wir können wahrscheinlich einfach nicht besiegt werden. Ich frage mich aber, warum sie es zerstört nennen, weil... Das würde ja eher für Dix sprechen und... Dix kann keine Mehrsmannkräfte einsetzen. Gut, ich würde mal eben kurz ans... An Schaltpult gehen. So... Okay, nur die... Geschulten Augen eines Kranfahrers können den Code sehen. Ist es irgendwas am Kran? Hm... Ne, das ist... Ich hab erst gedacht, da oben ist eine 4 aufgemalt. Aber es ist nur irgendwie ein... Symbol, was ein bisschen aussieht wie das von Absterbo. So... Ist vielleicht da hinten auf dem Dach was? Sollen wir mal gucken gehen. Das sieht nicht danach aus. Ja, genau. Und... Und das hier noch ist... Ein Setzlingseher. Ach so. Genau, und wir können auch noch eben kurz mit dem Roboter interagieren. Bevor ich den vergesse. Wenn ich nicht glaube, dass der uns viel Interessantes erzählt. Ja! Bist du skönt. showed er. Sein Lauter ist gut. Angst hat sich über einem Jahr nach ich hierher gewesen habe. Das ist... Schrecklich. Was ist das, dass es das Ort ist? Oh! Atsend avertiert! Atsend avertiert! Ich habe jetzt erst gesehen, dass er Homer heißt, beziehungsweise Home 3R und 3 Liedsprache ist halt Homer, also 3 in Liedsprache ist E und demnach wird es dann Homer. Warte mal, wir haben hier Markierungen, aber das ist eher ein U als eine Zahl, weil hier habe ich eine, ich könnte mal eine 7 draus erkennen, wenn man will. Warte mal, hier sind aber auch noch was. Jetzt müssten wir halt die Karte irgendwie mal von oben richtig drauf gucken können, das wäre ganz cool. Ah, warte mal, das ist eine 4, das ist dann die 7 und das ist eine 6. Ah, hier 7, 6 würde ich sagen. Ah, so gut. Ich hoffe, das können wir gleich einfach greifen. Also, ne, was man halt gucken kann, kriege ich den Winkel nicht so gut hin, aber hier haben wir die 4, ne, rechts von Elvis. Dann hatten wir hier die 7. Und das Ding hier ergibt eine 6, die roten Zeichen. Schön, schön, hätten wir das gefunden. Das ist hoffentlich, also entweder das ist ein Schatz oder eine Waffenmod. Schatz, Solarumkehrer. Alte Sonnenkollektoren sind im Ödland leicht zu bekommen, aber die wertvollen Umkehrer, mit denen sie betrieben werden, sind rar. Die Family zerstört viele, um zu kontrollieren, wer am längeren Hebel sitzt. Diese Originalumkehrer erzielen einen hohen Preis. 10.000 Erfahrungspunkte sind nicht wenig. Ah, hier unten war sonst nichts mehr drin. Okay. Scouting ahead. Dann schalten wir mal die dritte Turbine ein, ne, beziehungsweise erst mein Medi-Bot. Jetzt. Okay, irgendwie fehlte da bei Marys Voiceline. Und ich wollte eigentlich nur in Ruhe kurz was trinken, weil ich hatte gehofft, dass die schneller mehr reden, aber scheinbar nicht. Gut. Dann laufen wir zurück. Kamerakontrolle ist auch wieder ein Point. Moment. Ich kann auch einfach eben kurz in die Ohase zurückreisen. Das geht schneller. Also es sind auf jeden Fall wieder Lichtarten. Wir werden es sehen. Erstmal... Blüsselpad. Achso, das ist das. Ne 2 in der Mitte. Ne 3 hinten und ne 7 vorne. Also 7, 2, 3. Können wir uns da nämlich noch das holen, was wir brauchen. 7, 2, 3. Dankeschön. Und da leuchtet auch was ganz leicht nieder. Ist das noch ein Waffenteil? Today is my lucky day. Ne, Banjo. Fuck my life. Ein altes, lästiges Musikinstrument. In den meisten Siedlungen im Ötland brauchen die Musik keine Sondergenehmigung, um spielen zu dürfen. Und dann auch nur an bestimmten Orten. Es wurden verstümmelte in Banjos eingebaute Leichen gefunden. Die hatten wohl keine Genehmigung. Nehmigung. Okay. Ein bisschen Hot Haufen nehmen wir. Oh, Glasflasche. Wichtig. Und der Nanostecker. Ein Nanostecker dient dazu, Audioanalysegeräte an den eingebauten Medienbrowser in das Massmark-Handschuße anzuschließen. So, dann gucken wir mal. Ist unsere Belohnung nur EP oder vielleicht auch noch ein, wie heißt es, ein Chip? Oder, sagt sie, ja, komm, ich komm mit. Wir werden es sehen. Phrase B, ein Nanostecker. Vielen Dank. Von einem Editor zu einem anderen. Das wird meine Schäden singen. Hier ist ein bisschen was für deine nächste Erinnerung. Okay. Es ist ein Chip, bloß Erfahrungspunkte. Nanostecker abgegeben. Und jetzt kann Stella ihre Karriere als Editorin beginnen. Und wir haben... Wo haben wir denn was bekommen? Elektro-Mag-One. Oh, betreibt Roboter-Gegner eine Runde lang. Wait a second. Funktioniert das gerade, wie ich es mir denke? Ist ja eigentlich... Ich meine, klar, das Ding kostet jetzt 100 kW. Aber wir haben für drei Runden einen Heiler, der, wenn er angreift, Roboter-Gegner betäubt. Der uns keine AP kostet. Also, ich verstehe das Problem nicht. So, Maxis. Maxis. Du kannst wieder was sehen. Außerdem hat der Tisch funktioniert ohne Strom. So, wie immer, die Alpha-Editor-Gegner betäubt. Jetzt, glaubst du? Ich bin... Entschuldigung. Du sagst, du willst, um die erste Erinnerung zu nehmen. Ja, aber wir können es nicht selbst machen. Wir brauchen eine Armee. Du hast einen? Ich glaube. Diese Leute sehen nicht wie viel. Aber sie kämpfen. Kämpfen und werden. Danke, Maxis. Können Sie uns in der Faktor? Nein. Nein, Armee kann. Die Gäte sind Chromium Alloy. 4 feet thick. Mit Gamma Locks. Aber... Es gibt eine Art, um die Gäte zu überprüfen. Der Foreman's Access Card. Der Faktor kann auch überprüfen, den Portal-Generator auf der Faktor-Gegner auf der Faktor-Gegner. Triggering an Explosion that can bring the whole evil house down. Whoa, 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 slow down. What's a Portal-Generator? The Alpha Editor doesn't know? Of course he knows. Who has the Access Card? That Mechanical Bully, Diesel D, keeps it around his neck at all times. You won't be able to get close to him. Not after the ruckus you raised. There's gotta be a way to get his guard down. Me, face to face. I have a spy in the DRC. Beth. She works at the arena. She may know a way. Okay. If we get this card, you can bring your army to the factory gates. You have my word. Alpha Editor. Okay. Nächstes Level Up. Sehr schön. Nicht der Einzige, der das Gefühl hat, wir rennen eigentlich effektiv die meiste Zeit nur von A nach B. Das reicht halt immer noch nicht. Ich könnte mir die Mäßigung holen, wenn wir den Säureschuss runternehmen. Aber ansonsten sind die anderen Sachen gerade zu gut. So, für einen Fähigkeitspunkt kriegen wir bei Dix gar nichts. Bei ihr für Theorage 2 könnten wir den Overwatch holen. Aber auch da ist wieder, da ich sie und Bamali, wenn er einen Tauscher auch ihre Waffen tauscht, das hat der Overwatch eigentlich fast verschwendet. Machen wir es mal so. Sie kann sie auch nicht zweit. Nee. Sie kann halt nur das Endoskelett. Ja gut. Hm. Brissau. Diesel D sent that thing to kill us. Shoot it. Lower your gun. Hold your tongue. This is Diggs. He is a hero. Well, shoot my stars. It's you. It's you. I thought you were dead. No, I'm alive. You look younger. Ha! This is a goddamn miracle. You promised to come back. And you did. We got the army, Alpha. We're gonna destroy the first family or what? Yeah, we got the plan. Is this a test? The battle of Knoxville. Collectors surrounding us. You stood on that bus so everyone could see you. Told us you were one with the Miasma. You were beyond death. You keep coming back again and again until the family was defeated. Now is the time, Alpha? I... I think so. Where's the army? You're looking at it. There was a lot of us once. But you never came back, so... Some gave up, left. Robots got some others, but we're tough. We're ready to fight. I'll show you. Here's something I've been cooking up. Here. Take one. Thank you for the connor. First family been ruled in America since... Well, for as long as I can remember. I grew up working in that factory. Breaking my back. 22 years. For what? So they could have laser cannons for their foreign wars? Maxis was our foreman. He united the workers. Turned us on to the editors. To you. Ja, is ja sehr gut ausgegangen dann. Also, danach dann. Offensichtlich. Alvin! Äh, du weißt, wie's läuft. Er schieße und zerstöre jeden Idioten aus Stahl, der in den äußeren Bereich des Lagers eindringt. Klar wissen wir, äh, wissen sie, dass wir hier sind, aber wenn sie kommen, sind wir bereit. Ja, gut. Lock and load, Leute! Wir gehen in Krieg! Gleich. Oh, neuer Kampfkleidung für Barmadi. Eine aus kaputten Sammlerteilen hergestellte Kampfkleidung. Barmadi kämpfte während des Editorenkriegs an der Seite ihrer Brüder und Schwestern. Sie trug diese Rüstung, um allen zu zeigen, dass die Maschinen besiegt werden können und dass die First Family nicht über den Naturgesetzen dieser Welt steht. Gucken wir doch mal. Falsche Taste. Schick? Hat einiges von, äh, ich sag schon, von Horizon. Na, zumindest Ego hat die Frau. So, Stella. Okay. Irgendwas auf dem Klo verloren. Wenn die Zeit reif ist. Es wurde vereinbart, dass wir warten, bis sich die DRC destabilisiert. An diesem Tag oder kurz danach, wir aktivieren unsere Schläferzellen in der Stadt und stürmen rein. Sobald wir die Fabrik unter Kontrolle haben, können wir mit der First Family verhandeln. Okay. Ich habe nicht am Mausrad gedreht, aber gut. Bis dahin werden wir abwarten und sicherstellen, dass wir bereit sind, unsere Chance zu ergreifen. Okay. Hm, ach nee, das ist das Schild, was da leuchtet. Ich habe erst gedacht, ich hätte da einfach ganz dreisten Item übersehen. Aber gut. Dann wieder zurück in den Stadtraum laufe ich eigentlich. So, dann müssen wir jetzt mal mit Beth reden, um an Diesel ranzukommen. Also Diesel D. Und dann... Dann wieder zurück in den Stadtraum. Sobald wie Magik. Science. Schilder. Schilder. Gwen Cantos. Capturiert. Für die Träsen von der ersten Familie. Reward 10,000 Plastik? Oh! Ich wünsche, dass wir diese Frau erst einmal finden. Me, auch Dix. Nicht zu beobachten, sondern zu bleiben. Was bedeutet das? Sie ist... Meine Freundin. Sie hat mein Leben seit langem Zeit geholfen. Wenn die Familie sie holen, sie wissen, wie zu mir. Zu allen von uns. Es sieht aus, dass wir zu früh sind. Genau, du bist, Fleshface! Ein paar von Diesel's Gangbangers haben sie gerade gefangen. Sie werden sie zurückgegeben, auf die Schlechtler. Genau in der Stadt, auf Skeleton Road. Wenn wir sie nicht jetzt nicht, dann sind wir fertig. Ich glaube, wir haben keine Wahl. Skeleton Road, bevor es zu früh ist. Los geht's! Allein zwei Leute bekommen werden. Aber das ist eine Sache, wie gesagt, für die nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Bis dahin. Bis dann. Tschau, Freunde. Tschau, Freunde. Ich hoffe, wir Confeder Visa es nicht mehr Meu Weihe. Und dann bin ich, was characteristics. Ich hoffe, ich habe hierا! Das war's mir her.